Als wir hergefahren sind, haben wir die Lage gehabt, dass ein Pkw mit einer verletzten Person in der Stromkast hineingefahren ist. Die Person wurde von der Ersthelfer befreit. Unsere Aufgabe war eigentlich nur noch die Unfallstelle absichern und die Verkehrsregelung. Wurde Personen eingeklemmt im Auto? Personen waren nicht eingeklemmt, waren bereits befreit, als wir hergefahren sind. Vkw ist momentan da, die erledigt das mit dem Strom. Der Strom wurde abgeschaltet. Momentan kann nichts mehr passieren. Eigensicherheit natürlich in erster Linie, dass man keiner von unseren eigenen Leuten heringeht, solange das mit dem Strom nicht erledigt ist. Die erste Hälfte, die am Auto waren, zurückgerufen, dass man schlussendlich noch mehr Verletzte hat. und zum Schluss konnte der Verletzte eigentlich selber die Gefahrenbereich verlassen und wurde der Rettung übergeben. Jetzt langsam! Nun, aber nicht. Und nun, aber nicht.